Moin! Im heutigen Study History Video schauen wir uns mal den Ordo-Liberalismus etwas genauer an. Viel Spaß! Der Ordo-Liberalismus ist ein Konzept für eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung und gilt als wirtschaftstheoretische Grundlage für die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie auch in Deutschland haben. Das Konzept des Ordo-Liberalismus geht auf die sogenannte Freiburger Schule zurück, deren bekanntester Vertreter der Ökonom Walter Eucken war. Diese Freiburger Schule lässt sich als eine Strömung des Neoliberalismus bezeichnen, mit welchem sie mehrere Annahmen teilt. Die Grundannahme von Euckens Ordo-Liberalismus ist, dass die Märkte von einem starken Wettbewerb geprägt sein müssen, um zu funktionieren. Es werden mehrere Prinzipien der Marktwirtschaft gefordert, wie etwa ein Privateigentum an Produktionsmitteln oder der freie Zugang zu den Märkten. Nichtsdestotrotz gäbe es auch Bereiche, wie etwa die Sozialpolitik oder Monopolstellungen, wo der freie Markt die Wettbewerbsordnung nicht funktionsfähig halten kann. Hierbei kommt dann der Staat ins Spiel. Durch eine politisch gesetzte Ordo, also vorgeschriebene Rahmenbedingungen, soll die Grundlage für den funktionierenden Wettbewerb gelegt werden. So sollen beispielsweise Monopole, Kartelle und andere Formen der Marktbeherrschung durch den Staat verhindert werden, zum Beispiel durch ein unabhängiges Kartellamt. Die wirtschaftspolitische Tätigkeit des Staates soll dabei also auf die Gestaltung der Ordnungsformen der Wirtschaft gerichtet sein und nicht, etwa wie bei Keynes, auf die Lenkung der Wirtschaftsprozesse. Dadurch kann der Staat auch externe Effekte begrenzen und soziale Absicherung bieten, etwa über einen Mindestlohn oder die Sozialversicherung. Wie im Neoliberalismus auch, sollen sich die Individuen möglichst frei entfalten können, ohne andere in deren Entfaltung zu behindern und gleichzeitig ihre Entscheidungen auf dem Markt ohne Zwang treffen können. Im Ordoliberalismus sollen das Leistungsprinzip und der Sozialgedanke miteinander vereint werden, weshalb auch die Frage nach sozialer Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit im Fokus steht. Beim Ordoliberalismus trägt deshalb die Gesellschaft eine gewisse Verantwortung dafür, Chancengleichheit herzustellen. Das große Ziel der Sozialpolitik ist es, den Individuen Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen. So, dann war's das auch schon mit diesem kleinen Überblick zum Ordoliberalismus. Checkt jetzt noch das hier links eingeblendete Video zum Neoliberalismus oder die hier rechts eingeblendete Playlist ab. Lasst gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann war's das von unserer Seite. Tschö!